Mal gucken, ob die... Es gibt da nur diesen kleinen Punkt auf, ne? Ja, mal gucken, wie weit wie weit es geht Oder ist das ein Mauerwurf? Vielleicht ist das auch ein Mauerwurf? Ist das ein Spitzhaus oder ein Mauerwurf? Der hat Löcher im Fell Was ist das denn für ein Tier? Nimm mal von der Seite auf Da zuckt er ein bisschen Aber er hat nen Schwanz Das ist ne Maus, glaub ich Aber der kann doch nicht sehen, oder? Na was? Da war eine Bremse Achso Ups, aber die hat keine Angst Ich bin direkt... Die kommt doch auf mich zu Ich weiß doch vielleicht mal, ob der blind ist Meinst du? Ich hoffe ein bisschen langsam, ne? Ich bin direkt Ich bin direkt